Musik Volle Kanne am Donnerstag, schönen guten Morgen, der Fernsehvormittag im ZDF. Eineinhalb Stunden feinstes Programm, entspannt, bester Laune und top informiert schicken wir Sie in den Tag. Großes Thema bei uns, die Trends von der größten Gartenmesse der Welt. Klar, dass Emma Mai für uns dort war. Unser Pflanzenfachmann, morgen Elmar, was hast du alles mitgebracht? Tja, jede Menge unterschiedlichster Sachen, aber erstmal gucken wir, wie kalt es hier draußen ist, gerade mal 12 Grad. Es gibt also auch ganz schöne, vor allem schöne Gartenthermometer mittlerweile, aber halt viele, viele andere Dinge für alle möglichen Zwecke. Und da können wir uns nachher ganz lange drüber unterhalten. Ganz praktisches Zeug, das wir auch zeigen. Das ist zum Beispiel hier ein Topf aus Autoreifen. Mehr dazu nachher in dieser Sendung wird klasse, außerdem erwartet Sie unter anderem das.